Hamburg-Jungfernstieg. Haben Sie eine Frage? Kaum angekommen, Blitzlichtgewitter. Vielen Dank, gut, dass Sie das gut finden. Ich zeig mich dialogbereit. Kann ich eine Frage beantworten? Ja, genau. Mit dem Niederknien und Beten und was weiß ich, tralala. Ich sag immer, wir sind in muslimischer Hand schon. Von Dresden bis Hamburg, überall Angst vor dem Islam. Die meisten sagen, es liegt daran, dass man nicht genug darüber weiß. Da schaffen wir Abhilfe. Ich bin Muslim. Was wollen Sie wissen? Keine falsche Bescheidenheit. Wenn Sie was wissen wollen, fragen Sie gerne drauflos. Haben Sie eine Frage, wo ich helfen kann, wo man sich informieren möchte? Nö. Nö, eigentlich nicht. Ich bin aufgeklärt genug über den Islam. Die Leute haben Angst, sie müssen Angst haben. Nein, ich hab keine Angst. Die Schlagzeile für morgen? Wunschlos glücklich. Deutsche wissen alles über den Islam. Ich hab schon oft darüber nachgedacht, warum die Moslems so schlecht mit ihren Frauen umgehen. Rolle der Frau außerhalb der Familie. Also, meine Mutter führt ein Geschäft. Ist ziemlich fesch angezogen. Und ja, ich finde, das hat sie mir weitergegeben. Sehr gut. Kommt immer drauf an, wie man drauf ist, würd ich sagen. Aber dass Frauen sozusagen ausgeschlossen werden von einem öffentlichen, bürgerlichen Leben, das kann ich nicht verstehen. Das kann ich auch nicht verstehen. Ich finde das auch nicht richtig. Und ich kann Ihnen sagen, dass bei uns zu Hause ... Muss ich aber ganz leise sagen ... ... er, mein Vater, unterdrückt wird. Der Dialog läuft. Allein die Tatsache, dass hier ein Muslim mit einem Schild Fragen beantwortet, macht die Leute offenbar schon glücklich. Die nächste Frage, bitte. Wann hier die Michaeliskirche, der Kölner Dom oder die Münchner Frauenkirche zum Moscheen umgebaut wird? Und wann hier die Staatsreligion Islam sein wird und die Staatssprache Arabischer wird? Da bin ich mal gespannt drauf. Aber wir haben schon eine Moschee hinten an der Alster. Die ist viel besser gelegen, als jetzt hier die Dome Michaelis. Ich höre schon, wenn hier die Kirche zum Moscheen umgebaut wird. Ja, da bin ich auch gespannt. Hm, Arabisch finde ich nicht so gut, bin ja Iraner. Dann verstehe ich ja gar nicht, was die Leute sagen. Haben Sie denn Ängste vor den Deutschen? Dass das schlimmer wird mit irgendwelcher religiösen Feindschaft? Ach so, dass wir wieder in eine michokomische Situation reinkommen? Eigentlich nicht, nee. Also ... Ich finde, das ist eigentlich ganz gut. Ich auch. Ich möchte nicht in einer Pegida-Demonstration übernachten müssen, aber das möchten Sie auch nicht. Ich glaube, das will keiner, also wenige. Sie können so gut Deutsch, man denkt, Sie sind ein Deutscher. Oh, vielen Dank. Ja. Sind Sie hier geboren? Nee. Ich bin ein alter Hamburger und Sie sehen richtig so'n Hanse-Art aus. Vielen Dank. Das ist ein schönes Kompliment, so fühle ich mich auch. Mensch, total locker hier. Mal ganz entspannt über Religion plaudern. Oder? Ich würde gerne wissen, warum es von keiner anderen Glaubensrichtung, von keinem Buddhisten, von keinem Shinto-Anhänger, von keinem, Selbstsprengung gibt, dass kleine Kinder abgerichtet werden, ob in Frankreich oder sonst wo. Ich lebe in Luxemburg, bin aber Hamburger. Es gibt es in keiner Glaubensrichtung, aber da gibt es das. Und darüber sollten Sie mal nachdenken. Habe ich nachgedacht drüber? Mir macht die Situation schon Angst. Und ich glaube, uns allen nicht. Genau dafür bin ich da. Was macht Ihnen Angst? Ich versuche, die Frage zu beantworten. Sagen Sie mal konkret. Der Terrorismus macht mir Angst, nicht die Muslime. Ach, der Terrorismus, ja, der macht mir auch Angst. Ja. Ich habe nichts gegen die Lesle. Ja. Ich habe eine Sache. Sie müssen intern klären, wie Sie mit diesen Terroristen umgehen. Und Sie müssen, was ja auch geschieht, noch mehr eben klarstellen, dass Sie sich von denen distanzieren. Dann klären wir das doch mal intern. Mal sehen, ob sich Muslime distanzieren. Können wir Sie ganz kurz verhaften? Eine Sekunde nur. Wir versuchen hier, sind Sie Moslem? Ja. Gott sei Dank. Wir möchten, dass Sie sich distanzieren von Gewalt. Bitte machen Sie das jetzt. Ich distanziere mich zu 100 Prozent von Gewalt. Weil ich meine, ich habe... Gewalt passt nicht zu Islam. Super. Echt super. Als Muslim muss man in diesen Tagen anscheinend auch Selbstverständliches noch buchstabieren. Finde ich gut. Gerne. Ich mache das im Facebook. Machen Sie gerne. Muslime aller Länder, vereinigst euch. Um zu kämpfen für Freiheit und Demokratie. An mir soll's nicht scheitern. Das ist sehr schrecklich. Untertitelung des ZDF, 2020